hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf twitch und darauf youtube wir spielen heute eine let's play konex zusammen mit dem storm guten tag meine lieben diese unseriösen begrüßung ja wir sind ja in den letzten folgen hier oben in dem territorium gewesen haben uns hier oben ein bisschen umgeschaut und jetzt neu gerade sind wir unterwegs haben wir diesen riesen turm entdeckt der schon wieder aus meinem sichtfeld ist glaube ich kann ich noch mal hinlaufen ich glaube ja der kommt jetzt nicht wieder egal und wir laufen jetzt erstmal hier hoch und schauen mal was wir da noch schönes finden und los denn der claudy planet geht jetzt was essen einen guten hunger guten hunger trinken nicht vergessen kummer ist neues lager ja warte mal ich glaube da müssen wir links hochgehen das ist das hier hat klopst du da im pc lager würde ich mal sagen ja komm das hier links hoch da kommt mal wieder in was gebautes ich glaube hier waren schon mal hier ist diese krasse burg ne oh nein keine ausdauer mehr ist jetzt zum kotzen war hier eine burg ich weiß es nicht mehr das dinge hier doch doch da war der zimmer auch schon ach so doch das war ganz cool gewesen doch doch hier warum schon mal ja ist noch alles relativ offen aber hat sich auch nichts verändert würde ich sagen ob die mal weiter zocken keine ahnung ne ich glaube viele machen gerade eine pause weil halt nichts wirklich nachgekommen ist an content so wo sind wir denn jetzt kommen wir da hoch ja da über sein pc lager kommen wir glaube ich hoch hier kann ich ja meine flasche für spinne spinnen man bist du jetzt hochgelaufen oder was ja klar soll ich denn sonst schon sein hier ne die rampe einfach hoch so jetzt gehe ich hier weiter hoch uff uff beides denn da ten tempel würde ich sagen hier waren wir schon mal guck mal ja die hatten wir da unseren komischen mitra priester ja den wir überhaupt nicht gebraucht haben ach so ja mitra serenity auch absolut lump aber den brauchen wir eigentlich wirklich drücke eh um zu interagieren passiert nischt na dann lass sie weiter gehen mal mehr mal mehr blatt von hier sieht es aus wie ein stargate warte ja stargate von hinten sieht es aus wie ein stargate wirst du schon wieder die spinnen die slow man immer in vier mal vergiftet holi es war versuchten hasen zu treffen ja no chance ist ein riesiges treffen wo er fast mein hier hoch ich habe ja kein weg hoch klettern oder treppen hier kann man hochklettern aber vielleicht von der schaffte nicht doch aber mit treppen hier und hier glaube ich schafft man es oder in zwei etappen muss ja volle ausdauer haben probier es mal hier kann man noch hochlaufen mit einem ganz kleinen bisschen klettern so und dann mit voller ausdauer gleich mal probieren schaffst es letzten bisschen bin ich hochgekommen hat er geschafft ich doch das geht richtig viel zeug dem ich ein rex fischers vorsicht wenn ich zu viel spinnvergiften ist zu daumen das ist schon ein bisschen deffen easy die nerven so mit ihrem verkrüppelnden gift in voll schnell bauen die viecher böse aus aber halten überhaupt nichts aus ist alles voller spinnen npc lichter oder die krieg sich das echt hoch und kohlen wer fisch ist die nicht hoch ich glaube hier oben ist ein dickes npc lager kommst du? mhm aber warte mal es hilft hier mal ein bisschen ausdauer ja hier sind nur ein paar low bobs nix besonderes spotter spot hier sind nur ein pc das sieht ein bisschen aufwändiger aus hier war ich schon mal hier ist diese npc stadt echt hier ist sie kommst du warte nein keine munition mehr ich brauche bäume und stein bist du denn? kurz steinhacken gegangen ach alles voller stein wir sind in diese stadt jetzt warte geht sofort los wir brauchen noch pfeile ich brauche keine pfeile ich brauche keine pfeile ja jetzt hin so 30 sollten reichen wo ist denn die stadt? ich bin ja erstmal so ein lager wo bist du denn schon wieder hin mann? geh mal jetzt dahin wo du steine gehackt hast ich spür jetzt in diesen alten npc lager was ist denn das alte npc lager? was die gerade umgehauen haben steh dich hin nirgends kann nicht sein am potter squad bin ich da steh ich dich nicht stimmt nicht klar nein ich steh direkt davor ach so ist dahinten sorry ich komm zu dir bleib da da ist er da ist er da siehst du doch diese riesen stadt oder hast deine weitsicht nur auf 3 mm eingestellt ach so boah was denn das dahinten lass mal hingehen da sind wir mal da gewesen aber nicht rein gegangen weil es nach zu viel stress aussah ich weiß nicht ob wir da mal drinne waren ich glaub aber so ohne weiteres kommt man da nicht rein da führt nur eine brücke rüber das soll hingehen naja guck mal da ist auch einer unten ist noch ein pc lager muss aber erstmal ne aussahre generieren soll ich abballern? mach doch komm sie also zu dir noch ein stück höher oh man was ist er hier? oh das ist er hier das ist Sandpit hab ich entdeckt Level up krotz killen bringt immer noch am meisten Level so truhe tschüss tschüss hier da ist er ja schon da ist noch ein npc lager die haue ich jetzt weg du das neue schwert killt einfach zu krass ist mir gut schützt schützt bat ich glaube dass das hier ist richtig stress da ist nix das ist nur quatsch jetzt hier die brücke rüber hier ist bestimmt ein richtig schönes die schnitzel ja mann da warten schon welche ist schon voll und equipped bei mir ist auch alles repariert ach hier ist das schiff was mal einige meinten wo es angeblich so viele sklaven gibt weiß ich auch was sie mit schiff mein ich hab mich die ganze zeit gefragt hat meine damit schiff hier gibt es ja alles alter schimmisten holi geiles ding zimmermann achja einfach nur durchschmetzeln guck mal hier gibt es doch diese performer ich gehe darum wenn mein ausdauer leer ist ich versuche mal abzuhauen bringen wir es mit oha hey wieso manchmal verschwinden die einfach und dann sind sie wieder da naja die packen sich durch ich muss ganz kurz mal ausdauer regenerieren bevor wir weiter gehen ok bei mir ist es voll ich glaube das war es schon oder? ne ne da oben höchstens mein schwert muss ich auch mal kurz reparieren so weiter gehts hier sind mal jede menge da klopp euer schiff alter hier ist alles voll voll junge ich hab eine ausdauer ey das wird nochmal irgendwann mein tod sein dass ich keine ausdauer habe skill mehr ausdauer ich hab schon übelst viel ausdauer maaaann was ist denn das für ein dreck wieso hab ich denn jetzt keine ausdauer füll dich auf scheiß ausdauer wir sind denn hier alter bist du eigentlich oh hier ist ein hologram wo bist du denn? wieso gehst du denn eigentlich immer weg? was ist denn das für ein Teamplay Junge? ich gehst mal weg Elite du musst mir schon hinten dran bleiben wow seh ich gar nicht bist du jetzt runter gegangen oder wohin? ich bin hoch gegangen hoch wo? hoch kann ich sein ich bin ganz oben hier stopp hinter hier ist nur einer ich hab keine ausdauer ich hab keine ausdauer ficken ey level up wir sind für einer hier der chef buggy the bolt da glaub ich der chef uh sein bolt das hat ihn dabei ne steinpicker gibt's hier stuff drücke eh um zu interagieren hier links ist ein hier links ist ein hier links ist ein zettel da steht bei mir learned none auf den tisch hm lass mal hier unten noch weiter gehen na warte mal da war ein hoher Raum wo die alte runter gegangen ist ich krieg keine ausdauer mehr scheiße ich bin verpackt hier liegt auch noch was ich hab auch irgendwas gelernt damit komm mal her ich muss meine ausdauer rein hier in leer sein du machst doch grad die ganze zeit nix meine ausdauer fühlst du nicht mehr bring mal da ist sie voll dann gibt nur die anzeige nicht ja ja die ist leer dann sagen wir erstmal den scheiß hier auf vielleicht geht es dann wieder gehen wir hier unten gucken ich kann jetzt mal eine rehloft machen ja aber hier wäre dumm zu reden ja aber ich kann nichts machen ja dann warte doch einfach kurz dann kommt dann gleich nachher raus ich kann sowas machen einfach kurz warten was ich alles weggekält hat ah jetzt kann ich wieder voll ausdauer ich hab schwert und shit abgelegt ja hier war aber auch nichts hier war wieder ein holo dran hier gehts noch weiter oder hier gehts nur raus würde ich sagen ja da ist ein riesiger anker da ist auch ein schiff scheiße hier gehts ins wasser da ging es in den tod schön shit ja dann kill dich mal auch damit wir zusammen wenigstens weitergehen können sieht aus wie tiefes wasser egal ich bin auch gestorben gut haben wir ein boot entdeckt schön und leergeräumt und 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 jetzt wir gehen schon raus ja dann lass mal fahren wir den noch mal nicht da voll die scheiße mit und mein gesicht geflogen wenn ihr nochmal links hoch den berg hoch wo wir sonst immer auch hingegangen sind zu dem npc lager da waren wir auch schon lange nicht mehr ok auf jeden fall hätte ich schmerzt sehr lange ja mega viel geschmerzt ey und hält also irgendwie müssen die mal die npc dicht überdenken guck mal wie viele sogar zählen da sind und wie viele viecher also das ist irgendwie ein bisschen bescheuert die npc dicht ist teilweise so hoch mhm sieht halt extrem lächerlich aus bin ich ja mal gespannt ob bald der patch kommt und der dort angeteasert war jetzt wird es echt langsam langweilig wenn man alles gesehen hat und wenn man alles gemäxt hat jetzt bin ich ja auch schon fast äh level 50 da geht dann echt nix mehr ne nope da müssen die sich wirklich mal was einfallen lassen so endgame content ist hier gar nicht drinne und immer nur bauen 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 hm wird dann auch irgendwann bohring fuck ich bin mal 8 vergiftet ich hab mich auch geachtet was bist du? mal 8 vergiftet ich glaube ich sterbe nur noch ein traf ja mach das du da nicht drauf kämpfst du zum ersten mal weil ich oder was? na weil ich jetzt gerade kurz skille ich hab voll viele punkte du gehst ja nicht mitten im feld alter oder? mhm warte wenigstens ob da noch was ist wo bist du denn schon wieder? da ich komme ich hasse die stelle jedes mal mit diesem game nervt die ausdauer übertrieben ey ich mags gar nicht ich hab auch so viele punkte auf ausdauern trotzdem ist sie dauernd leer und das blut nervt mich ja sobald blut rauskommt wird das ganze game die pfeile machen auch krass schaden ne? mhm machen echt am meisten schaden die scheiß dinge ja das ist schon genau so das ist schon genau so das schießt hier noch oder? nope das sind nur zwei ich war aber ja schon mal jetzt diese riesenwüste und wir laufen immer hier lang echt? aber dieses wasser los? da will ich nochmal hin das schwarze auf der karte das ist ja nischt oder? weiß ich nicht das sieht so nach dem spot aus wir waren halt noch nicht im süden unterwegs bei den spawn points na da ist gar nix da brauchst du ja nicht hin hin da bin ich schon mal rumgelaufen hm hier links ist doch diese schwarze ui was ist das denn? mhm verrückt what the fuck ist das sinkhole das ist nett da runter sprängeln das ist so ein diggi so kannst du den mal mit dem bogen anballern? warte ich guck mal ob das geht haha ich spiele ne oh doch alter aber wie lange musst du denn da schießen bis der down geht kommt man denn da rein? ah hier drüber guck mal da kann man sich rauf fallen lassen da hinten lass mal probieren hier hat einer sein Lagerfeuer gebaut ah guck mal hier ist was hier zum interagieren learn squirming was auch immer squirming ist guck mal da ist doch ein hologram ja ich hab hier was gelernt hier kannst du was lesen so das ist einfach ein neues emote was ich grad gelernt habe wie kommt man da hin? guck mal da sind skelette überall hm also wenn ich das richtig sehe keine ahnung ich bin mir nicht so sicher wie ich da ankomme hm ich hätte irgendwie mit runter fallen an der richtigen stelle äh äh was ist denn das hier wo wir hier sind? meine verderbnis nimmt zu hier guck mal da kann man jetzt hin äh 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 wo bist du? hier ja mach dich mal bemerkbar kann ich nicht ich steh auf so'n bin ins Loch eingefroren guck mal hier ins Loch runter ok warte ich guck ins Loch runter so hab ich hier auf den musst du dich runter fallen lassen und dann kann man sich hier runter fallen lassen ok und ich bin tot echt ja? ja der ist zu hoch der Sturz wie doof guck mal ob du es irgendwie schaffst aber also ich bin auf die Kante gekommen bin dann aber gestorben oh da ist auch ein Nashorn ja aber ist auch gar nicht so schlimm dass ich gestorben bin denn wir sind auch am folgenende dann können wir uns das nämlich fürs nächste mal noch aufheben ah ok dann kannst du dich ja auch mal killen damit du wieder im Haus bist probier es nochmal wenn es nicht geht dann ist egal na hier ist halt so ein Tempel also man muss halt irgendwie durch so ein Tempel durch ja wir finden das schon beim nächsten Mal dann raus Geronimo ich springe direkt auf das Mob oh ich bin auf dem Mob gestorben na gut dann einmal ins Horn geblasen oh da haben wir doch auf jeden Fall da auch noch was entdeckt siehst du sag doch da ist noch was The Sinkhole mieses tiefes Loch da haben wir doch auf der Map fast alle Punkte aufgedeckt würde ich sagen bestimmt ist noch viel mehr wir wissen es bloß nicht naja wir sind ja überall rumgelaufen guck mal wenn du M drückst sieht doch schon gut aus von der Abdeckung her guck mal da im Westen also im Südwesten waren wir noch nicht ja aber da ist ja nichts im Süden da ist ja nur das Stadtgebiet im Süden ist nix aber im Südwesten da haben wir noch nicht da ist noch ne Wüste unter dem Fluss oh ich glaube da ist auch nix hm wer da weiß geht zumindest nicht so nah nach Haus sieht nur nach Sand aus naja Juti dann sind wir erstmal am Ende dieser Folge dann würde ich sagen vielen Dank fürs Einschalten und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal haut rein Leute machts gut train auf 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 auf